Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shellshock Live. Wieder mit dem Jölnir und dem Ismo und dem Wocke. Moin moin. Guten Tag. Moin. Und es geht direkt los. Wir sind ready und das Spiel startet. Wir spielen mal wieder gegen American Batman. Gegen den haben wir ja letztes Mal schon gespielt. Oha. Und gegen The Death Rises. Lord Donger ist jetzt mit dabei. Der ist neu. Und ja, es geht los. Das Gerische Team fängt an. Und ich habe den Area Strike jetzt. Ich habe, was habe ich denn jetzt? Ich habe, glaube ich, gar nichts Neues gekriegt, ne? Rums. Oua. Alter. Okay. Ähm. Joa. Dann machen wir das doch mal so. Und, äh, spucken den Batman sozusagen auf den Kopf. Lord Donger hat echt viel, äh, Schutz. Der hat das schon... Warum denn nicht? Schade. Geil, Mö, der geil. Das ist natürlich schlecht. Der hat mehr auf den S-Bot. Ja, toll. Aua. Alter. Ja. Jetzt schießen sie zu zweit auf mich. Und ein aufs Dach. Und noch ein aufs Dach. Und noch ein aufs Dach. Ah, toll. Jetzt bin ich wieder... Ach, das ist doch... Ja. Und jetzt ist das... So, American Batman. Ich würde mal sagen, das ist ein klassischer Fall von In Your Face. Habe ich denn irgendwas, was jetzt richtig Schaden macht? Ne, ne? Ne, nicht wirklich. Stream. Es ist nur, falls ich dich jetzt treffe, tut es mir leid. Okay. Beach. Ich bin gespannt. Pow. Wie geil. Ich habe American Batman einfach mal nur nach oben geschubst. War denn nicht? Du hast ihm eine höhere Position verschafft. Ja, was natürlich total gut war. Natürlich. So ein Unsinn. Was macht denn von dem, was ich habe, richtig viel Schaden? Gar nichts eigentlich. Es ist schade. Na toll. Ja, voll. Dankeschön. Irgendjemand hat Gott Donger erwischt. Dieses Snake ist ganz gut, ne? Glaublich. Machen wir die mal. Probieren wir mal die Schlange. Los, du Schlange. Mach den Wettel. Nein. Oh Gott. Ich erwisch mich selber. Seht doch nicht. So, hat er einen Schaden gemacht jetzt hier. Sehr cool. Ja, ich glaube, das Duell gegen Batman verliere ich. Schon was passiert? Bei mir steht es wieder. Dann klick mal einfach aufs Bild. Oh, oh. Oh nein. Oh hä? Klick mal mit der Maus einfach irgendwo hin. Du bist ganz rausgeflogen? Ja, du bist weg. Verdammt. 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 Der ist natürlich schlecht jetzt. Probieren wir das mal. Scheiße. Den ganzen Berg zerholzt und ihn nicht einmal getroffen. Auch gut. Warum denn nicht? Das wird mal ein klassischer Lose hier. Ich sehe das schon kommen. Wenn wir dann dafür die nächste Runde gewinnen, ist doch alles wieder okay. Ja. Äh. Ja. Dann halt nicht. Sei pessimistisch. So. Ich gebe mir die größte Mühe. Verdammt. Eine Banane. Aua. Ist halt alles so ein bisschen weh hier. Ah. Was nehmen wir hin jetzt? Was nehmen wir hin jetzt? Hm. Gummell, gummell, gummell. Gummell, gummell, gummell. Ich habe nichts, was man einem so richtig vor den Kopf holzen kann. Das ist doch doof. Nichts, was so richtig Schaden macht. LOL. Ah. Das Spiel hasst mich. Aber sowas von. Ich habe 5 HP. Auf Wiedersehen, Uwe. Gute Nacht. Und bis dann. Na hey, immerhin sind sie nett und sagen auch noch Tschüss. Ja, ist das denn nichts? Ja, das ist aber was. Du, Ismo, ich glaube, du kriegst jetzt aufs Maul. Aber, das könnte tatsächlich passieren, ja. Sehr cool. Ich brenne ihn nieder. Immerhin. Ey, das hat immerhin 21 Schaden. 21? 21. 21. Kann man nicht meckern. Dafür kriege ich jetzt volle Mühe auf den Sack. Ja. Ja, ja, so sieht's aus. Was habe ich denn hier, was Schaden macht? Nichts. Nichts. Schaden. Dann mach was, was einen tollen Effekt macht. Dann volles Rohr. Das sieht so gewaltig aus, aber es macht so wenig Schaden. Doch, das hat diesmal 36 Schaden gemacht. Immerhin. Ja. Spielst du jetzt etwa Gitarre, Mjölnir? Ach, niemand hat erwischt. Scheiße, doch. Ron. Autsch. Ja. Gut, neue Runde, neues Glück. Mjölnir, geht weiter. Ja, der muss mich inweiten. Ach so. Ja, ja. So, dann überspringen wir mal hier das ganze Bonus. Ja, ja, Bonus-Bloat, Snake. Ja, ja, ja. Bonus-Bloat, sag ich immer. Ähm, nein. Den Daily Win Bonus nicht vergessen. Man kann jeden Tag einmal an dem Rad drehen. An welchem Rad? Ähm, im Hauptmenü unten rechts. Ach was. Der Daily Win Bonus. Dann. Hauptmenü unten rechts? Ja, wenn du im Hauptmenü bist, dann. Okay. Äh, so. Mjölnir ist drin. Team 1, bitte, Mjölnir. Ja. Alles klar, und weiter geht's. Neues Spiel, neues Glück. Das müssen wir jetzt gewinnen, Jungs. Das müssen wir jetzt gewinnen. Oh, ich bin einfach aus der Front. Was soll das denn hier? Genau. Nee, das ist nicht du. Alles nicht schön. Alles klar. Ein Bones. Counter 3000, den habe ich jetzt auch hier. Ja, aber das ist irgendwie nicht so geil. Und Mole Hill, was war denn Mole Hill? Das war total heftig. Äh. Hals. Äh. Äh. Machen wir mal so. Als ersten Schuss, da kann ja nicht viel tief gehen. Ja, jawoll, voll erwischt. Ja man, das war mal wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Lord Donga. Er geht mir persönlich voll auf den Nerven. Sie dürfen sich als Gipf betrachten. So, denn als nächstes gibt es einen Counter 3000 auf Lord Regenbogen. Auf Lord Donga. Counter 3000 auf Lord Regenbogen? Was ist da los? Regenbogen, was sonst? Oh nein. Was? So, Counter 3000 auf Lord Donga. Ich bin gespannt. Was ist denn ein Counter 3000? Das, was ich jetzt schieße. Und ich habe alles voll daneben geschossen. Und das war schön bei dir. Sah gut aus, ne? Hat aber nur 19 Schaden gemacht. Das sah gut aus, das war meins. Was? War deins? Okay, dann erklärt es das. Warum es so gut aussah und keinen Schaden gemacht hat. Das war die, das zweite Level vom Sinkhole. Ah, okay. Das war's, wie es man auch gemacht hat. Okay, okay. Alter. Was? Du wurdest gesnipert und... Ja, alles andere auch. Du hast also auf jeden Fall ordentlich was abbekommen. Sagen wir so. Aua, das tat weh. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Dann gibt es jetzt einen Maulwurfs-Hügel auf Lord Donga. Ein Maul-Hilf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der hat es gut erwischt. Oh, der hat 50 Schaden gemacht. Ja, ich sag' ja, aber muss halt auch mit dem Treffen. Ja, ist unspektakulär, aber hat gut Schaden gemacht. Okay, cool. Ich hab so kassiert eben gerade. Aber sowas ist doch... Das ist richtig. Komm mal da raus aus dem Loch. Dann gibt's jetzt einen Back-Roller. Hör mir, hör mir, hör mir. Ich würde sagen, es gibt einen... Den Kreis nicht gesehen. Okay, fahr mal ein Stück nach vorne. Danke. Make it rain und eine Gatling Gun. Wie geil. Geil. Make it rain dollar. Ich muss mich entscheiden. Oh, what the fuck. Ja, das musst du. Du hast noch 10 Sekunden. Ha 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 ha. Pau. Sehr gut, Lord. Sehr gut. Bleib da unten in deinem Loch. Du stehst in der verheerenden Senke. Ah, da kommst du doch raus, oder? Aus dem Loch? Wie gesagt, ich kann nur in deinem Loch. Ach so, da bist du jetzt. Okay. That was bad. Double damage schaff ich nicht. Ah, was ist das denn? Das sehe ich ja jetzt erst. Mach ich halt so. Gatling Gun schießt mit Sicherheit nicht im Bogen. Was macht denn jetzt noch richtig Schaden? Das ist das Let It Rain? Das hat so ein Dollarzeichen. Das Make It Rain, das hat irgendwie, sieht aus nach Geld. Ja, mach das doch mal. Verlass Geld vom Hild fallen. Jo. Wie schön wäre das in Real Life. Schießt. Geld. Aua, 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 Aua. Das habe ich dir getan. Es tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung. Es macht zwar nicht viel Schaden, aber es macht Schaden. Ja, ja, ja. Bocke wird noch ein bisschen gebrutzelt. Bocke am Stiel. Stocke am Wiel. Hafe oder so. Komm, wir müssen jetzt Lordonga hier weghauen. Ja, Mann. Er hat nicht mehr viel. Ja, das ist schön. BAM. Ein Treffer. Sechs. Na gut. Aber Lordonga ist gleich da. Er wirft mit Fleisch. Warum wirft man denn mit Fleisch? Naja. Mit Essen spielt man nicht. Äh. So. Dann würde ich sagen... Wie viel Leben hat den denn noch? Das ist nicht mehr viel. Das ist 46. 46 kriegen wir weg. Nämlich mit... Äh. Mnum, nimm, 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 nimm. Ich nehme den Back-Roller, damit treffe ich ihn. Sehr schön. BAM. In your face. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. So ist es gut. So wollen wir es haben. Jawohl. Wir haben genau 46 von dem weggehauen. Ja, haben wir gut gemacht. Ja. Sehr schönes Team. Au. Ich bin doch schon tot. Die mögen dich einfach nicht. So, und jetzt machen wir nämlich was Witziges. Haha. Du müsstest alle lachen, das war witzig. Haha. Haha. Ja genau, sammel mal den Teleport ein. Ich probier's. Auch wenn's wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Den einzusammeln, oder? Den einzusammeln, ja. Ja, gut rüber. Nein, mein Roller ist aus dem Bild rausgekommen. Nein! Doch, das ist gut. Okay, wir sind über den anderen. Pow. Gut. Läuft. Ich hätte gerne eine Sniper. Ich hätte eine im Angebot. Ja, nur ich habe... Aber ich kann sie nicht benutzen. American Batman gerade direkt im Visier. Da kriegt er als nächstes dieses Snake. Okay, der bewegt sich nicht schön. Autsch, Autsch. Alter. Fertig. Jawoll! Ich habe ihn voll getroffen. Ja, sehr schön. Cool. Sehr cool. Fly mal Viech. Was? Troll. Ja. Das wird ja noch spannend hier jetzt. Ja, das ist ja hier. Oh, schade. Boah. Der bewegt sich auch nicht, ne? Doch, der hat sich bewegt. Ist so. Aber ich habe mich um die gleiche Strecke bewegt. Dann passt das wieder. Neue Waffen. Gib mir eine Sniper, gib mir eine Sniper, gib mir eine Sniper. Nei. Es ist keine Sniper dabei. Oh, 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 oh. Dammit. Verdammt. Verdammt. Ne? Autsch. Ja, sicher, genau in meiner Flugbahn. Jetzt gibt es einen... Jetzt gibt es einen Digger, Digger. Ach nee, das geht ja gar nicht. Da oben ist ja der Balken. Dam, 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 dam. Dann muss ich zu anderen Mitteln greifen. Nämlich zu... 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 Einer anderen Flugbahn. So, und dann probieren wir das mal. Sehr schön. Ja. Tschüss. Was? Der hat mal überlebt. Er hat noch 53 HP. Tschüss. Aber gut zu wissen. Äh... Nein. Au. Au. Nein. Autsch. Au. Autsch. Autsch. Ich will nicht mehr. So weit schießen. Ähm... So. So, Digger. Jetzt gibt es einen Digger. Digger. Scheiße. Schade, dass du nicht springen kannst, Voketti. Ja. Oh. Das hat sich trotzdem erwischt. Das war doof. Alter. Wunder hat der Mensch gemacht. Sehr schön. Macht den hinteren zuerst, Kyle, denn weniger. Ja. Ja, ich habe aber gerade so eine schöne Flugbahn. Ich habe den American-Batman. Ja, das ist ja nichts, weil du kriegst ja doppelt so viel Schaden. Ah. Pro Runde dann, sobald zwei leben. Wenn sie dann treffen. Ja, ist was dran. Ja, tun sie. Geht. Geht. Ja, komm. 18 Schaden, das, äh, ja. Ja, ja. Warte, bist du nix. Ja. 60 Schaden? Ja. Kann man machen. Das kann man. Das Item. Ja. Ja, ich bin leider dran. Welches Item wäre das? Das ist gar nicht auf meiner Liste. Das Item. Aber. Das war jetzt ein bisschen unfair. Der bis auf jeden Fall auch keiner. Bis auf jeden Fall gut geschützt wird. Ah. Aber kannst auch nichts, nichts machen. Ja, toll. Später. Oh, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, ja. Oh, das geht zu weit. Oh, das geht. Verdammt. Oh nein. Tja, jetzt haben beide fast nix mehr. Oh nein. Stech. Autsch. Für 10 haben sie noch erwischt. Ismo, rock das da weg jetzt. Ja, ich geb mir ja Mühe. Ich hab aber nicht mehr so schöne Waffen. Dann nimm unschöne. Doch, ich hab was noch hier. Sieht gut aus. Ah, komm. Yes. Nein, er hat überlebt. Verdammt. Er hat noch. 8 HP. 8 HP. Ich brenne. Ich brich ab. Ah. Ja, das ist richtig, Junge. Ich bin live. Auf Wiedersehen. Oh, doppel Damage. Jetzt aber. Einfach nochmal drauf schießen. Ja. Weißt du was? Ich hab nichts Schönes. Egal, mach doppel Damage. Nimm irgendwas Unschönes. Er hat nur noch 8 HP. Oh, das wird ja echt eng jetzt. Jetzt wird es wirklich eng. Meine Herren. Was war das? Erdbeben, glaube ich. Das war Erdbeben. Jetzt bist du dran. Ja. Jetzt rock ihn weg. Er hat noch. 75 HP. Hast du einen Sniper noch? Nee. Ah, das noch, glaube ich, habe ich schon. Nein. Das macht nicht genug Damage. Ja, ich habe einen Sniper, aber ich kann damit nicht so gezielen. Ihr, du siehst doch die Flugbahn. Dann nimm vorher irgendeine Gimp-Waffe und dann guckst du, dass du die Flugbahn hinkriegst. Und wenn du die Flugbahn genau hast auf ihn und er sich nicht bewegt, dann nimm den Sniper. Hast du noch einen Backroller oder sowas? Nein. Oder ein Kaktus oder sonst was? Genau, bewegt dich jetzt auf jeden Fall. Komm nach vorne. Ja. So, und jetzt probiere eine Waffe aus, die eine gerade Flugbahn hat. Ja. Oh. Ich habe den Fall schon erwischt. Dann das Rohr auf jeden Fall höher. Ich nehme nochmal die Flames. Selbst wenn die nicht wenig Schaden machen, ist das sowas ein Gimpiges. Nein. So kannst du halt nur nicht sehen, wie die präzise Flugbahn ist. Das meine ich damit. Das ist jetzt geil. Das ist jetzt richtig geil. Okay. So, jetzt rock die Hütte. Denn du hast noch 90 HP. Wenn er dich einmal snipe hat, bist du weg. Ja, das ist richtig. Deswegen, sei du der Erste. Oder so ein Bilder oder so ein Digger oder sowas. So ein Digger, ey. Ein Digger, Digger. Ach, jetzt habe ich auch einen Backroller bekommen. Ja. Aber du solltest nicht da, nicht, also, nicht schießen. Nein. Er ist dran. Ja. Das ist ja das Coole. Nehmen wir halt. So. Geil. Das war aber auch noch eine gute Flugbahn. Wenn er sich jetzt nicht bewegt, dann... Dann kannst du snipern. Dann kann ich snipern. Ich habe sogar einen Sniper. Nein. Ist kein Problem. Wenn er sich jetzt so viel bewegt hat, dann mach... Zweimal Pfeiltaste nach unten. Also zwei, zwei, ähm... Zwei Schub weniger. Zwei Ticks. Und dann snipern. Bitte, bitte, bitte. Ja, Mann. Sehr geil. Ja, Mann. Sehr cool. Gewonnen. Juhu. Nice. War das jetzt schon die zweite Runde? Ja, ne? Weiß es gar nicht. Oder war es die erste? War es schon die zweite, ne? Ja. Oder? Ich weiß es jetzt überhaupt nicht mehr. Wie lange spielen wir schon? Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Ach, Wocke. Oh, nein. Ich glaube, das ist die erste. Das ist die erste, ne? Weil am Anfang der Runde hast du noch gesagt, das ist wieder das hier der neue, der Mr. Dong oder so. Jo. Ja. Aber gegen den haben wir doch jetzt schon zweimal gespielt, oder? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Wie schlimm. Wir werden alle... Ich weiß es auch nicht. Es könnte auch sein. Es könnte beides sein. Könnte beides sein. Pay attention. Wo ist denn hier? Äh, Lord Donga... R... 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 WTF? Wie kann man diese ganzen Sachen hier überspringen? Ich will das alles gar nicht sehen. Mensch. Und hier hast du einen Pfeil und so einen Doppelfeil. Drück auf den Doppelfeil. Ja, habe ich ja. Das mache ich ja. Geht es denn nicht noch irgendwie schneller? Nö. Ja, ist doch voll geil, das zu sehen. Ich will nicht wissen, was für Waffen du bekommst. Ne, das interessiert mich wenig. Ja, jetzt sind alle raus. Auch schön. Ja, ist gut. Wir können ja auch mal gegeneinander spielen. Ja gut, dann machen wir einfach mal so. Wenn jetzt eh alle raus sind, dann haben wir halt mal eine Kurzfolge dabei. Ich sage mal, tschüss bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein, wenn es heißt, der Ismo, der Mjölnir und der Wocke spielen Shellshock live. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.